Das ist ja Kinderbar, hallo. Vom Schienenprofil sieht es aus wie ein Gerslauer. Das sieht aus wie ein Popset mit einem Längelungs. Oh. Der hat auch diese Seitenbremse. Sieht ja Gerst aber aus. Das ist schon spannender als der Popset. Ich finde die cooler als der Popset. Wenn die Schlumpfmachterbahn besser ist als die Green Hornet. Gut, dass wir jetzt gleich in die Halle gehen. So. Das ist richtig. Cool. 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 Blue Hornet C二 Want. Cool. Cool. Cool.